Hallo und herzlich willkommen zurück zu DuckGame mit der Rena, mit dem Blankwolf, Hallo Rena und dem Bebe. Hallo Blankwolf. Wo es geht? Wo bin ich denn? Ah, ich war weg. Ich hatte hier ein Geschenk in der Hand. Was ist das? Ich dachte ich wäre der mit dem Geschenk gewesen. Bin ich? Ich weiß es mit dem Geschenk. Ja, das ist immer so schlimm, so die erste Runde nach dem Masken umstellen. Autsch! Schieß, schieß! Wo bin ich? Ja! So? Tot. Wo bin ich denn? Tot. Ich habe mich die ganze Zeit nicht gesehen. Na, da bin ich. Wo bin ich? Oh, nein! Verdammt! Oh, Mine. Dach. Diese alle! Warum ist ja alles leer? Aua! Surprise! Tot, tot! Shotgun! Oh, Mann! Alex hat da oben auch nur rumgeschaukelt. Ah, ja, schaukeln. Au! Einer muss das Buch nehmen! Einer muss das Buch nehmen! Wo bin ich? Ich war tot. Nein! Lächer! Nein! Renn! 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 Renn Junge, ich bin Knusprig, geh! Nein! Ey, Wim hat nen Punkt! Was soll ein Maschitz heißen? Wim hat nen Punkt. Jetzt gibt's Ärger! Oder nicht? Bam, nein! Verdammt! Oh 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 oh! Strähler in der Mitte! Yes! Das war die große Kanone! Ach, ich kann Alex noch mit der kleinen Kanone kaputt machen. Das ist wahr, Alex kann nichts. Sagt er, der mich nicht mit der Schrotze trifft, ey! Jetzt ist auch noch alle! Aha! Gar mehr! Gar nicht overkill! Ja! Noch mal das Haus kaputt machen! Nein! Bin da! Aus der Scheibe! Roadkill Deluxe! Ja, da muss die leer gehen! Wie asozial ist das denn? Nein! Ey, ich bin Musiker! Alex, halt was gegen Musik! Wieso? Spielst du aktiv die Arschgeig oder was? Super! Ich hab dich auch grad! Danke! Nein! Gleich mal belohnen! Oh, verdammt! Ach, fick dich! Nein! Leben! Nein! Verdammt! Ich hab dich noch mit meinem Instrumentfilm eröffnet! Nein! 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 Ich hatte das Buch! Wo ist es? Da ist es! Alles! Ah! Ah! Ich häng doch fest! Bist halt so'n kleiner Hänger, ne? Ja! Das kann man jetzt gut sagen! Damit... Ich hab mich mit meinem Geschenk selbst umgebracht! Ja, behalte ihn in der Hand! Ist okay! Hui! Nein! Was? Hui halt! Ich will die! Nein! Oh, hartes Messer, ey! Ey, ich hab's dir gleich mit dem Drucken geschenkt! Ah! Fuck! RENAAA! Blankwolf cheatet! Ey, meine Leiche! Du wirst nicht wissen, was ich damit mache! Ey! Ja, das will jetzt, glaub ich, keiner! Nimm das! Äh... Ey! Ich bin mit der Rakete! Ich bin so zielsuchend, ich treff jedes Loch! Tschüss, Rena! Tschüss! Der BB kriegt ja die ganzen Punkte, aber auch nur, weil er nicht stirbt! Hey, hey, hey! Das gehört beides zusammen! Außer irgendjemand hab ich gerade getötet! Ja, man kann dieses Spiel auf zwei Arten spielen! A, man tötet! Oder B, man weiß... Nee! A gewinnen und B nicht verlieren! Genau! Ja! Ja! Schön! Renatanz aus der Reihe! Schäm dich! Und ich bin wieder! Yes! Zaaack! Nein! Das gibt's doch nicht! Komm, krieg ich jemand hin? Nein! 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 Aaaaah! Ich hab mich da! Was los! Ich kriege nicht mal diese scheiß Blasinstrumente! Will mir das Spiel irgendwas sagen! Anscheinend, ja! Du! Extrem unmusikalisch... Nein, die ist ja leer! Ah! Alle der Kotzt, da ist okay! Sie fliegt! Timing! 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 Oh! Jetzt trau ich mich nicht mehr raus! Kommt doch! Ich glaub, die ist alle! Das ist mexican standoff hier! Ich geh hier nicht weg! Das könnt ihr knicken! Oh! Das war knapp! Nein! Jep! 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 Weiß nicht, wie ich hier rauskommen soll! Könnt's denn! Ich trau mich nicht! Ich trau mich nicht! Also ich kann auch nicht mehr raus, ne? Wo ist die Waffe? Danach hatte ich gesucht! Oh, nö! Geh weg! Hier lang! Ne, oben! Hier lang! Ich trau mich nicht mehr raus! Das ist ja das Problem! Ja! Komm! Ich trau mich nicht mehr raus! Verarsche pur! Oh! Was war das? Achso! Komm mal her! Mist! Och! Das wird mir zu langweilig! Nein! 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 Ah! Ah! Ich bin zu blöd zum Springen! Nein! Ah! 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 Ja! Das wird mir zu langweilig! Das ist... Wie ist das? Haha! Das ist mein Hund geklaut! Du bist halt einfach nicht tötbar. Dann gewinn ich jetzt. Der ist aber nicht verdient. Nö, weiß ich auch nicht, was ich gemacht habe. Ge-cheater. W-w-das gibt's doch nicht! Ja, danke! Bitte! Nein! Der Underdog! Kommt! Rage Genos! Really! Das kann's doch nicht geben! Sehr gut! Really! Elimination! Ja! Ah! Oh! Wie der hier halt einfach mit den ganzen Imba-Waffen startet. Es ist unglaublich. Bin ich? Ach, da bin ich. Ah, da wollte ich grad lang! Ich musste mir erst mal suchen. Los, Baby! Hier unten! Du kriegst eine auf die Mütze, Junge! Hast du grad meinen Hut weggeschlagen? Jo! Nein! Doch! In den Rücken! Von hinten? Ja, warte los, ich hab gleich wieder... Schleife gelassen! Ja! Ja, 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 ja! Nein! Ja! Non! Na! Na! Ja! Ja! Nein! Ich hasse dich! Weißt du das nicht? Ich kann's dir vorstellen! Du bist einfach nur scheiße! Und ich krieg schon wieder nur so'n scheißes Musikinstrument, ey! Yes! Nope! Haha, fällte noch! Ja, Pumpkin kriegt's mir egal! Nein! Ich bin hier raus! Ich bin hier raus! Da bin ich blumig! Fuck! Das gibt's doch nicht! Knife Battle! Na, was soll ich mit so'n scheiß Schlüssel, ey? Er sagt, Knife Battle kommt mit'n Schlüssel zusammen! Das war nicht Schlüssel zum Sieg! Nein! Nein! Nein, ich bin nicht da! Guck mal! Meine Waffe ist leer! Sag mir das doch einer! Deine Waffe ist leer! Ja! Das kam überhaupt nicht zu spät! Haha, nein! Zähle, 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 zähle! Ja! Huh! Nein! Ich will die Tuba! Hey, wer bewirft mich denn da einfach mit? Nein! Natürlich brenne ich jetzt! Unentschieden! Ich lösch mich! Ich lebe! Nein, ich lebe nicht mehr! Mehr! Brenn, Trainer! Brenn, Trainer! Ja! Die Map ist so scheiße! Ich hab nicht selber gelöst, das war schon eine Leistung! Oh, scheiße, ich hab mein Geschenk weggeworfen! Stein! Nein! 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 Schieß ihn! Nein! Nein! Aua! Du bist so'n Arsch! Der Alex hat sich die Schuhe angezogen! Der hat einen fetten Arsch! Das wird zu gut, Alex, ne? Irgendwie schon, ja! Die ist einfach nicht so'n Blöden! Oh, yeah! Nein! Unkonvertierbar! Nein! Ich hab gegen so'ne blöde Kiste geschossen! Ich wollte das Buch! Unvertierer! Komm jetzt hier zum Blankismus! Bei uns ist alles Leere! Wow! Weee! Wow! Alex! Ey! Das gibt's nicht! Aber er hat trotzdem keine Fans! Aber er hat trotzdem keine Fans! Goddammit! Du wünsch' mich doch halt immer bloß, Mob! Ach, fuck! Nein! Sehr gut! Ja! Ich verliere mit einer Sniper in einem... Oh, oh! Gun Battle! Nope! Ich hab's wusste, Papa! Was ist denn eigentlich drinne? Halt! Das war ein Buch! Nein! Scheiße! Der Rückstoß war zu hart! Ich bleib hier oft! Aber... Ich weiß, wie ich wegkomme, aber mein Gott! Hey! Gerettet! Saved by Jetpack! Nein! Ich find das schade, dass man sich nicht manuell auf die Klappe hauen kann! Goddammit! Komm ab! Ich brauche keiner! Hey! Wie findest du meinen neuen Notblank? Ja, der ist schön und so gedankenabweisend! Alle! Alle! Gedankenabweisend! Sehr gut! Juhu! Lalalalalala! Jalalalalala! 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 Nein! 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 Hab ich alle getötet? Außer mir! Ich hab irgendwie auch irgendjemand und mich noch dazugekillt! Wer kam mir denn da mit der Kiste halt entgegen? Vorher! Hab einen Schlüssel! Bin ich da! Ja! Haha! Renal! Hahaha! Immerhin noch mitgenommen! Nooo! Irgendwie können wir das ganz gut, ne? Ja! Haha! Das ist eine von diesen Maps wahr! Ah! Nein! Das ist nicht endlich war'n das! Nein! Du musst in meinen Vorsprung rein! Und mir erst mal suchen! Das war... Das war... Nein! Ich hab dich aber getroffen! Hahaha! Oh! Ich bin der letzte... Leckere Sonntagsbraten! Ist nicht! Ist nicht! Ey! Durch die Tür! Ich hasse dich! Heul doch! Guter Junge! Danke! Ich hab ne Blume! Ich hab nen Stein! I got a rock! Wer bist du? Charlie Brown? Schuh! Die war doch gut! Aua! Oh, nicht alle! Nein! 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 Ist nicht! Ist aus! Bist du Mann oder Maul! Du bist mein Vater, du solltest es nicht! Wie! Unnie. Zaaack! Meine sämtliche Rüstung durchgeschossen! Ja, Schrollflinte halt! Toll! Ähhehheh! Aua! Lalalala! Lalalala! Hallo! Töte ihn! Bon Bon Bon! No! Scheiße, da geht's nicht durch! Oh nein, toll, wieder alle! Nein! Ey, lass mir ne Leiche in Ruhe! Der hat aber gut hingeht! Ich hab kein Geschenk gegeben! Nein, ja toll, ich hab's getroppt! Ist nicht! Ist nicht! Nein! Wer hat mich da noch in der Luft erwischt? Ich wahrscheinlich! Goddammit! Fuck! Meine Waffe war leer! Wie das Saxophon springt! Schön! Was war das? Was war das? Warum bin ich tot? Da oben links in der Ecke! Ja, aber warum? Gründe? Ich weiß nicht mehr, was sie in der Hand hatte! Ich weiß nicht mehr, was sie in der Hand hatte! Nein! Die war leer! Die war leer! Die Assi! Nein! Nein! Zu voreilig! So scheiße! Wo ist die Make-up grad? Triss den noch! Ich hab den Würfel! Aua! Aha! Da war er wieder! Da war er wieder! Fick dich! So! Und? Keine Punkte! Nein! Ich hab Punkte auf der Schrecke gehen lassen! Flup! Hör auf mit dem Schild zu wackeln! Ist nichts! Ich hab auch mit dem Schild! Gibt Fett aus wegen Bodenhebel! Okay! Und 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 und! Hey! Wow! Nooo! Wilenn runter! Schnell weg! Nein! Bobbel, Bobbel! Wiggle, 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 wiggle! Let's be not! Let's be not! Watt, 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 watt! Das, was... Und damit hoffen wir, die Episode hat euch gefallen und hat Spaß! Dann wie immer von der Vacate. Weil Leute... Ich hab... Tschau.